So, wir waren jetzt am wunderschönen Bacardi Beach, haben versucht, ja, versucht einen kleinen Kanadenfliegen. Das schmeckt. Ja, ich habe sowieso noch nicht so viel gegessen. Von daher passt mir das ganz gut, dass es hier Fliegenschwärme gibt. Also ich kann ihn ja auch keinen Vorwurf machen. Ich meine, ich fahre ja durch sie durch und sie fliegen ja nicht einfach aggressiv auf mich. Also, angenehm. Vielleicht sieht man es hier, Fliegen. Ja, wie ich versucht habe zu erzählen, kommen wir gerade von Bacardi Beach, haben mal ein bisschen mit der GoPro experimentiert und mal gucken, ob das alles so funktioniert. Jetzt werden wir hier dieser wunderschönen Aussicht kurz vor Sonnenuntergang bei der Einfahrt nach Achim. Hier in Achim habe ich auch mal gewohnt und Ziel meiner Reisen soll ja, ich weiß nicht, ob ich dir schon erzählt habe, sein, dass ich so die Station meines Lebens abfahre mit dem Rad. So ist doch schön. Was mir halt noch bei dieser Schönheit klar wird, das wird gleich aufhören. Das wird gleich fürchterlich dunkel und kalt und ich habe noch 50 Kilometer vor mir. Naja.